Hallo? Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung zu helfen? Sie klingen, als könnten Sie Hilfe gebrauchen. Was für ein Glück, Sie zu sehen. Den Trollschlechter oder Bezwinger? Trollflüsterer? Egal. Sie wissen, wie man Nägel mit Köpfen macht. Eddie Thistlewood ist mein Name. Ein Trollschlechter. Ein Freund von mir in Feldcroft braucht Hilfe im Kampf gegen Renrocks Anhänger. Daher habe ich zwei Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Gute Idee. Mit diesem Kohl ist nichts zu spaßen. Genau mein Gedanke. Ich kenne mich mit Pflanzen aus. Und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Könnten Sie die beiden Kisten ausfindig machen und Ihren Inhalt an meinen Freund Bernard Ndiaye liefern? Ich kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Warum greifen Kobolde Feldcroft an? Mein Freund Bernard sagt, dass sie schon eine Weile in der Gegend gesehen wurden. Er glaubt, dass sie etwas suchen. Aber in letzter Zeit sind sie aggressiver. Könnten Sie nicht einfach mehr Kaukohl anbauen oder kaufen? Das schon. Aber das würde Zeit kosten. Zeit, die wir nicht haben. Denn Renrocks Schergen werden jeden Tag gefährlicher. Außerdem geht es ums Prinzip. Ich habe diesen Kohl angebaut und er ist außergewöhnlich. Also gut. Ich werde Ausschau nach zwei Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernard Bescheid sagen, dass er den Kohl vielleicht doch noch bekommt. Ich sollte jetzt gehen. Danke. Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Wieder mal auf Abenteuertour. Die Kiste mit chinesischem Kaukohl muss irgendwo hier im Lager sein. Dann hast du gehänden den gestohlenen Kobothem vergessen. Du hast den Gewerks, Pelian, die Tinduert. Der Tudor ist bereit, was einzig ist. Der Tinduert ist feierfest. Und zwar, nützt man nicht. Protegung, das Pelian, der Tinduert. Der Tinduert. Entschuldigung. Getäuschung. Glück. Du bist der Hippokrass. Hältst dich, Wurzel. Da musst du dich schon mehr an. Ich habe schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist bewegend bei Nachkriegern, wenn du dabei bist. Rebellion. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. Eine Kiste habe ich. Fehlt nur noch die zweite. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Du bist im Fernsehen hier, was? Jetzt verstehe ich, warum Feldcroft... ...Renrocks Anhänger verstecken sich nahe Feldcroft. Sie müssen die andere Kiste mit chinesischem Kaukohl haben. Du kannst nicht mehr aufhalten. Bist du bald fertig? Ich werde nicht ruhen. Der Ralla da hat Oaks freigelassen. Incentrum. Ich habe noch nie jemand wie solche Magie wirken sie. Confrido. Incentrum. Nein, ich werde nicht mehr. Reveilion. Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcropfen... So ein Schwert habe ich doch nie gesehen. Hallo. Haben Sie die spezielle Lieferung von meinem lieben Freund? Hallo, Mr. Indiay. Er, die Thistlewoods, schickt mich. Ja, er sagt, ich solle Sie erwarten. Haben Sie den chinesischen Kaukohl? Ja, hier sind Sie. Fabelhaft. Das wird viel dazu beitragen, das Dorf vor Ranrocks Anhängern zu schützen. Die selben Übeltäter, die Sie, wie ich annehme, zusammen mit Rookwoods Leuten abgefangen haben. Feldcroft steht tief in Ihre und Eddies Schuld. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Schön, dass ich helfen konnte. Endlich etwas Verstärkung. Hoffentlich reicht das gegen die Kobolde. Das war's fürcihens Okay. Ka kor Bank. Deringst� McA undила St.